Manicbee-Talent! Manicbee-Talent! Wähler! Ja, lass mal echt nix machen. Also lass mal echt nix schreiben. Leute, die Manicbee-Talent ist am... Ach, Wähler! Aber mich eh... Warum hast du nur was als Hotkey? Mach doch dritter, was ist mit dir? Wähler, mach doch schnell! Sonst holt Carsten gleich noch. Wie viel nimmt das 24, oder? Ja, genau. Alter, ich hab grad... Ich glaub, ich bin jetzt verstorben. Ja, so blöd. Ja, ein Eis liegt auf der anderen Seite. Jo, das brauch ich eh mal so machen. Ja, weil manche Menschen zu blöd sind. Ja, das Eis ist bei euch aber immer verteilt, ey. Ja, weil manche Menschen zu blöd sind. Ich hab mich noch ein bisschen rausgebaut, aber... Ich hab mich lack dieser Server nicht so wie der eben, Alter. Ja, boah, wie ging ab für Kurator, das verhält's. Boah, nach Labelmob bin ich immer noch Spectator. Ja, das ist bei mir rechts aber auch richtig, ob das jetzt noch... Sehr gute Ablöse, sehr gute Ablöse. War einfach geradeaus mit geradeaus. Lass durch, lass durch. Lass durch. Das ist bei mir aber auch mal bei Labelmob, dass er recht hoch ist. Ja, ich hab die Zielchen drüber, aber einfach geradeaus, geradeaus. Einfach hoch, einfach hoch. Ich bin gefällt. Ich hatte nicht mehr zu viele Blöcke. Ich glaub nur noch 8 Stück. Ja, hier kannst du turnen jetzt. Ja, turn, rechts, äh, turn. Halt zu den Blöcke? Habt ihr? Ich hab 20. Ja, dann los ist das Geruch. Schafft ihr. Ich bleib vier. Nein, 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 du bist früher, du bist früher. Ne, ich stomp den mit Blöcke. 60 hoch, 60 hoch. Welcher Platz sind die? Die sind 22.000. Ja, ja. Aber 1000 Elo oder unter? Unter, ne? Unter 1000. Ah, wow, GT. Das sollte ja jetzt nicht allzu schwer sein. Hab drei. Nice. Nur noch der da ganz hinten ist. Ja, das ist die Rot. Das ist glaub ich die Rot. Warte, ich komm, ich komm. Nimm ne Fecke, komm her. Nimm ne Fecke da. Pick die Rot. Hast du Blöcke? Dann kann ich die bauen. Ja, ist da unten. Ja. Okay, dann lauf durch, lauf durch. Ich brauch ein paar Sachen. Okay, warte, ja. Warte, ich mach mal die erste Schicht weg. Ich mach, pass auf, ich mach... Elvis, hast du ne... Bela, hast du ne Picke? Ich mach dir hier eins. Ey, Kasten, pass auf, pass auf, hier ist überall eins schon. Ja, okay. Oh, Jumopack. Wird schon. Mach dir das halt besser auf, keine Ahnung, 110. Ja, okay. Halt die Blöcke, geh wieder hin. Ob die jetzt schon da unten durchziehen halt, weil sie die gay? Vor allem ich kam für fünf Minuten nach Hause. Ich geh euch hier weg. Das war jetzt, was wir rufen. Ich dachte, dass wir ihn jetzt blieben, kann ich das auch mal vergessen. Ja, ich warte, ich mach trotzdem. Ey, die haben voll... Oh, ich kann halt nicht kaufen, Mann. Die haben voll schlechten Bogen hochgebracht, ey. Also, die haben die ganze Kraft. Für mich, lol. Ich schub keinen Helm. Ey, was kaufen wir? Was ist das denn, Spieler? Okay, mein Pick ist kaputt. Ähm... Ich würde... Gar nichts. Oh... Die machen sich n... Dings. Anti-Spam-Schutz. Anti-Spam-Schutz. Haben die unter 1000 Elo jetzt gehabt oder was? Ja. Das ist nix besonderes. Glaub ich... Nein, ah... Äh... Ja. Fünf Elo weniger als... Schade Elo. Ja, okay. Keine Chance. Es geht noch nix. Warte, warte. Lass da, lass da, Lass da, Lass da! Fehler, Fehler! Was ist das? Spring! Zehn, schreibt er. Zehn? Alter, ich hatte nicht meine Waffe. Ich hatte nichts. Was ist mit dem? Hat er richtig gelitten. Okay. In Japan, oder? Wo sind wir noch gelassen? Das denn, Alter? Warte, ich stelle mich genau für ihre Wälder. Meine Hände sind noch so kalt, Alter. Die haben wir auch gebraucht, ja. Ja, du hast auch... Äh, keine... Äh... Ich dachte, wir schreiben nicht, Zahllung. Ja, anscheinend doch. Okay. Hä? Ich hab... Ich hab alle Kills bekommen. Ich hab drei Kills bekommen. Ja, wegen dem Bett. Nee, 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 weil ich die alle geschlagen hab vorher. Ich muss um Stehenpissen bei meinem Schanz und das Haar auszuhängen. Gigi, Mann.